Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite Battle Royale. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt eine Runde Solo. Und jetzt wird es erstmal verschnellert, bis wir in der Runde sind. Jo, da sind wir auch schon wieder. Bäh! Oha! Ähm... Bam, Junge! Hier, ich hätte gerade Freunde. Leute, wenn ich dahin gehen soll, dann lasst ein Abo da. Ab jetzt! Ich warte. Ich glaub, viele sagen, Haneo tiltet. Weil niemand will abonnieren, wenn sie, ähm, nach Megamol gehen. Und im... Man kann da ja nicht drauf landen. Aber ich hätte es schwer, wenn es gehen würde. Würde ja nicht jeder am Anfang der Runde erstmal hochfliegen? Oder raufgehen und warten mit dem Ebeschmacht? Oder müssen nur so 3,4 Leute leben? Aber wie kommen denn da runter ist die Frage? Okay. Der ist mit mir hier gelandet. Oh ja. Nice Gepäck. Woah! What? Von wo? Nee, das ist kacke. Ich putze nur... Der alte Revolver... Wie feiert ihr eigentlich... diese Waffe hier? The... Burst. Was geht hier unten? Hi... Ich mag die so gar nicht hier. Die Trommelschrotflinde mag ich gar nicht. Ich brauch irgendwie mal... ein richtiges Sturmgewehr. Nicht nur eine AK. Oh, was ist das? Nois. Von dem... Ich hab ähm... die Aufgaben von der Szenen gar nicht gemacht. Das heißt, ich komme... Also ich werde auch nicht durchkommen. Was ist draußen? No. Schade. Ich dachte, es wäre rausgeflogen. Aber warum nicht? Ich hab's doch gehittet. Alle haben's gesehen. Ich hab's gehittet. Nee, die mach ich so gar nicht. Komm. Dich... Nein. Dich da... Nein. Oh Gott. Wo ist das hier? Nee, die sind gleich schnell. Okay. Geh ich lieber anders herum. Schon. Ja, da kommt ein Baller. Oh, da unten war wer. Au. Au. Ich weiß nicht, ob ich so schneller bin. Ich glaube aber mal nicht. Und jetzt... Geh wir dich! Boah. Boah. Der hat mir einfach ne Kopfnuss gegeben. Ruh ich mir hier unten das Holz. Nee, die graue Bräule, ne? Äh, die grüne. Was ist da oben drauf? Hm? Was war das? Oh. 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 Hä? Hä? Hm? Ist da unten irgendwas? Mann. Natürlich nichts. Ich brauche irgendeine... Gutes Zeug... Ah ja, falscher Bestand. Ich brauche irgendein gutes Zeug. Ich bring da mal Ludlek raus. Neze ist da halt Ludlek. 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 Oh nein, der fiel. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich geh zu der Block. Oh nein. Oh nein. Die sind immer noch auf den Namen zu pavieren. Ja, ich springe zu der Block. Aber ich auch. Das wär ich nicht. Der wird nicht. So, los geht gleich. Ich geh zu der Block. Obwohl der sieht so wieder verpackt aus. Als ob man dann wieder direkt stirbt. Jeder sieht verpackt ist. Dann hat sich hier willkommen. Ne, ich hab Angst zu sterben. Ich würd sagen, ich sprint jetzt noch mal noch da ganz schnell hin. Bis gleich. Jo, wir sind endlich angekommen und ich baue mir noch einen hin. Hier. Und ich würd sagen, können wir da oben noch drauf? Ist das noch gut? Ja, der ist noch gut. Kann man noch essen. Ja, der ist noch nicht. Boah. Busch, ich will da rein. In den Busch, 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 Busch. Nein. Dann halt doch nicht. Pio. Als ob hier noch keiner war. Ich bin lieber das. Und mal kurz wieder weg hier. Mach das Ding auf. Und der Zwei auf dem Baum. Den, 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 den. Ich bin so, ähm, ich bin so ein Spion. Wow, der hat dieses, ähm, fort. Nice. Was macht der damit? Das wär jetzt okay, wenn die hier auf meinen Baum kommen. Ich und meinen Baum. Bäume sehen sehr schön aus. Bäume hab Benholz. Oh Gott. Jo, nein. Ja, er trifft, er trifft, er trifft, er trifft. Nein. Halt, stopp. Er darf nicht treffen. Jo, warum trifft er mich? Ey, was ist denn da oben? Ach so, das sind die Beine. Das sah grad so außen wie ein, wie so, wie so eine Hütte oder so. Da. Ja. Jetzt muss ich wieder zu dem einen Typen da oben hinfliegen, weil ich in die Zone muss. Jetzt echt zu Ludlöck. Ich bin schneller als der Windstrom. Oder? Ne, der ist schneller. Wartet. Jetzt. Seht die Block wieder so verpackt aus? Schaut, ob ich da direkt... Ja und Ben. Also es sieht so aus. Weil... Ja, ich wissen ja alle, es kann mal so ein Bug, da ist man direkt bei der Block gestorben. Die Betonung ist auch, ist Aufgabe. Oh. 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 Luftschlag. Ich weiß gar nicht so richtig, was die kann. Ich weiß gar nicht, dass ich weiß gar nicht so richtig reisen kann. Ich weiß nicht. Das ist schon so richtig. Aber das ist ja auch in derraten. Jetzt nimmt ihr dieses... ding... Den Luftschlag! Wirklich, das ist das Mal. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Da seht ihr, die Tag ist besser. Nutzt alle nochmal die Tags. Als die goldene Kampfschrot. Hatte der noch Schild? Drei Stück. Schnell hoch! 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 Hoch hier hin. Wow, was war das? Der ist hier hinter mir. Oh ne, nur das Fußballskum. Nein! Geh auf, jump it! Nein! Yo, von mehreren Leuten. Da oben vorm Berg. Nein! Aua, ja, nein! Schnell zum Haus. Ja! Ja! Die lassen hier echt alle Minis liegen. Hm. Schaut aus wieder gut. Hier sind welche. Von der hinten müssen auf jeden Fall der kommen. Der Fußballskum muss kommen und der auf dem Berg. Oh, dann geht alle da. Oh, der wird sich da erstmal richtig hoch. Und hier entlangt auch ganz schön, Eckchen. Jetzt muss ich nichts holen, ne? Shit, das kann eng werden. Ne, ich geh noch nicht los. Noch nicht. Ne, ich hau dann darüber ab. Hier, guck jetzt erstmal. Bis ich mir sicher bin. Ne, ich guck hier, damit ich weiß, damit da schonmal alles safe ist. Das sind Gegner, okay. Ja, was mach ich jetzt? Scheiße, ich bin voll in der Sackgasse. Soll ich unten einfach rausrennen? Ich glaube, ich renne unten aus. Das sieht mir dann nicht so. Das sieht hier offen. Wie gesagt, ich will nicht gewinnen. Ich will einfach nur irgendwas machen. Ja, und f*** mein Bitterall. Was? Yo. Ne. Ist das dieser... Ah, das ist nicht dieser neue Granatwerfer? Der, der zwei Munition hat? Okay. Dann, warte mal in der Sackgasse. Soll ich das... Okay, ich will auch nicht vorbereitet. Ah, das ist dann tatsächlich der Sackgasse. Okay. Also, das ist jetzt passiert. Nicht nur... Shit. Was mache ich denn jetzt? Die Zone ist schon wieder weit weg. Also ich sehe zwei. Und dann muss noch irgendwo einer sein. Der geht da hinten auf den Berg. Der hielt sich da wahrscheinlich jetzt hoch. Ja. Mit Lagerfeuer. Ich muss hier jetzt weg und dann sieht der eigene Typ mich. Kann ich hier noch rum? Ja. Ich weiß, wo alle drei sind. Es hat geleckt. Jo, ganz wunders. Aber bei mir ist auch einer. Ich glaube, der muss jetzt aufgehen. Ich hoffe, der da über mir gewinnt den Fight und der muss dann gehen. Was, ich werde jetzt auch bauen. Okay. Das war's für heute. Ich hab keine Mets mehr. Nein. Nein. Oh. Nein. Was ist das denn? Ja. 1v1. Aber der andere hat Mets. Ich nicht. Oh. Nein. Der hat doch drunter. Alles klar. Alter. Das war dein Move des 3000s, Digga. Hätte ich einen Mets, hätte ich natürlich dann eine Treppe hochgebaut, aber ich hab halt die Mets nicht aufgesammelt von dem anderen Typen. Lol. Ich hab ihnen auch einen Kill gemacht. Okay. Okay. Aber Zweiter. Wollen wir noch eine Runde machen? Ne. Ich glaub, bei der eine Runde lass ich es auch. Also, wenn ihr mehr wollt, dann lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Und, ja. Oh, ich hab Sachen bekommen. Ja, und das war's jetzt auch. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und... 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 ...